Chengde ist eine bezirksfreie Stadt ungefähr 160 Kilometer nordöstlich von Peking. Lage, Chengde liegt in der nordchinesischen Provinz Hebei, in der Nähe des Luan-Flusses. Ihr Verwaltungsgebiet hat eine Fläche von 39.519 Quadratkilometer und ca. 3,61 Millionen Einwohner. Insbesondere in den drei autonomen Kreisen gibt es einen hohen Bevölkerungsanteil von Manchu und Mongolen. Das eigentliche Stadtgebiet weist eine Bevölkerungszahl von ungefähr 700.000 Menschen auf. Geschichte Chengde hieß frühe Rehe und war die Hauptstadt der ehemaligen Provinz Rehe. Chengde ist vor allem als Sommerresidenz der frühen Kaiser der Kohing-Dynastie bekannt. Der Gebirgserholungsort, den sie dort im 18. Jahrhundert erbauten, besteht aus großen Parks mit Seen, Pagoden und dem kaiserlichen Sommerpalast. Außerhalb seiner Mauern befinden sich die acht äußeren Tempel, die in verschiedenen Architekturstilen aus ganz China gebaut sind. Die eindrucksvollsten von ihnen sind der Puto-Ozang-Sheng-Tempel, der in Anlehnung an den Portelle-Palasten Elhasa gebaut wurde, und der Pule-Tempel, der dem Himmels-Tempel in Beijing nachempfunden ist. Der Gebirgserholungsort und die Tempel der Umgebung wurden 1994 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Mit Straßen- und Eisenbahnverbindungen nach Beijing hat sich Chengde zu einem Verkehrsknotenpunkt entwickelt und seine Kulturschätze machten es zu einem beliebten Touristen-Ziel. Die Beijing-Shengde-Autobahn verbindet seit 2006 Chengde direkt mit der Innenstadt von Beijing. Administrative Gliederung Auf Kreisebene setzt sich Chengde aus drei Stadtbezirken, fünf Kreisen und drei autonomen Kreisen zusammen. Diese sind Stadtbezirk Shuangkau, 311 Quadratkilometer, 290.000 Einwohner, Zentrum, Sitz der Stadtregierung Stadtbezirk Shuangluan, 250 Quadratkilometer, 100.000 Einwohner, Stadtbezirk Yingshauang, 148 Quadratkilometer, 70.000 Einwohner, Kreis Chengde, 3.990 Quadratkilometer, 470.000 Einwohner, Hauptort Großgemeinde Xiabangcheng, Kreis Xinglong, 3116 Quadratkilometer, 320.000 Einwohner, Hauptort Großgemeinde Hauptort Großgemeinde Xinglong, Kreis Pingvan, 3297 Quadratkilometer, 470.000 Einwohner, Hauptort Großgemeinde Pingvan, Kreis Luanping, 3195 Quadratkilometer, 320.000 Einwohner, Hauptort Großgemeinde Luanping, Kreis Longhua, 5474 Quadratkilometer, 420.000 Einwohner Hauptort Großgemeinde Longhua Autonomer Kreis Fengling der Manchu 8.747 km² 380.000 Einwohner Hauptort Großgemeinde Daage Autonomer Kreis Kuanscheng der Manchu 1.933 km² 230.000 Einwohner Hauptort Großgemeinde Kuanscheng Autonomer Kreis Weichang der Manchu und Mongolen 9.058 km² 520.000 Einwohner Hauptort Großgemeinde Weichang Städte Partnerschaften Japan Kashiva Japan Japan Takasaki Japan Vereinigte Staaten Dakota County Vereinigte Staaten Brasilien Santo André Brasilien